Guten Abend, ich freue mich, dass du dich wieder reingeklickt hast und wieder bei The Walking Dead dabei bist. Ja, wer die letzte Folge spannend mitverfolgt hat, hat gesehen, dass wir hier bei dem Häuschen stehen geblieben sind, wo wir zuvor auf der Brücke, wo wir, wo unser Freund Nick auf der Brücke zuvor einen Kollegen, na, was heißt Kollegen, halt einen abgeschossen hat, der ihm seiner Meinung nach böse erschien. Na gut, denn reden wir jetzt erstmal und gucken wir mal, was hier so die Situation sagt. Okay, also der Mann sagt zu, also der Mann, der will unbedingt, dass seine Frau was zu essen bekommt. Er kümmert sich also um sie. Und sie sagt aber, nein, ich brauche nichts und ich bin ganz okay und da sehe ich schon Ski, Ski. Na, wollen wir mal gucken, was uns da drin erwartet. Äh, reden wir mal mit Nick. Vielen Dank, dass du mich da zurückgebringst. Ich bin sicher, dass sie mich gerade jetzt sprechen. Schau, er hat einen Gefahr für die Gruppe. Wer war dieser Mann? Ich bin sicher, ich bin sicher, er kutheft wie irgendjemand. Ich denke, er ist mit Carver. Er könnte jemanden sein. Genau, wir wissen nicht. Und wie wissen wir, dass er nicht mit Carver war? Wenn Alvin vor mir ist, nimmt er diesen Schuss. Was ein verdammter Schuss. Vielleicht habe ich es verloren. Ich weiß es nicht mehr. Gott, ich bin Hunger. Was ist es denn? Verdammt. Verdammt. Was ist falsch? Oh, oh. I think I have it. Äh, ich glaube, ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Let me grab it. Was? Really? Thank you. This means... Thank you, Clem. Oh. You know what? I'm gonna go talk to them. Haben wir ihn also doch zum Guten konvertiert? Ich bin froh, dass wir jetzt nochmal mit ihm geredet haben und das nochmal geklärt haben. Nicht, dass er jetzt irgendwie böse auf uns ist. So, wollen wir mal gucken, ob hier irgendwas drin ist. Wir müssen ganz leise sein. Okay. Gut, es sieht so, als wenn hier gerade niemand drinnen hausen wollen würde. Aber scheinbar war er hier auch wirklich alleine gewesen, weil hier nur ein Bett ist. So, hier haben wir ein Radio. Und es sagt uns, dass es tot ist. Ich glaube, er slept hier. Hm. Kein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass der jetzt, äh, naja. Gut, was ist das? Das sind Leere. Wollen wir da mal reingucken? Was sagst du denn dazu, zu der Ketur? Gar nichts. Okay. Dann mach so auf, wenn du es kaum erwarten kannst und nichts dazu sagen willst. Oh. Das ist natürlich echt doof. Man könnte es aber auch mit dem WM-Messer versuchen. Wissen messen. Na, dann nimm es mal. Huh. Die fühlt sich natürlich gut. Damit. So, dann nehmen wir das Ding mal und verwenden es damit. Kuh, wir brauchen Kuh und E. Doch nicht. Ich dachte, wir brauchen noch ein E. Und Kuh ist es auch ein E. Oh, was ist denn das? The Wizard Bambit. Ich kann es gerade nicht ganz lesen. Egal, nehmen wir erst mal die Konserven. Äh. Ach so. Ach so. Weiß ich nicht, ich sag mal lots of people. Kann man ja nicht abstreiten. Bitches. Hey, Clem, es gibt nicht viel Essen hier und Rebecca, well, sie hat für zwei. Du denkst, wir können das nur zwischen uns? I hate to even say it. The whole group should decide, Rebecca can have it. Ja, okay. Sollen wir jetzt mal überall einen guten Ruf machen? Und noch ein Freund. Was ist das denn? Nein, ich wollte doch das Buch mitnehmen. Okay, wir gehen auf. Och Mann, ey. Da war sogar, glaube ich, ein ganz schön sportlicher Dings dabei, ein ganz schön sportlicher Zambi. Also mit einer Sporthose und so, habe ich so erblickt. Hm, gutes Zeichen dafür, dass da wer drin ist. Natürlich, I had a tree walls one. Wollen wir mal ein bisschen angeben. Sag das doch nicht. Das enttäuscht ihn. Ach gut, da wurde sie ja drin gefunden. Oder da hat sie sich so selbst drin gefunden. Oder, ja. Das war ja denn die Season 1. Oh, oh, muss ich jetzt hier irgendwelche Tasten-Kombinationen machen, irgendwie. Hoch, 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 Schritt, hoch, 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 nicht zu hoch, nicht zu hoch, nicht zu hoch, Hilfe. Oh, 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 du bist gut. Du bist gut. Schau an mich, okay? Du bist gut. Okay, du bist gut. Ich weiß, ich bin gut. Schau dir die Hände an. Ich habe nur gesagt, ich habe nur gesagt, nicht zu schauen. Ich weiß, ich bin gut. Ich versuche, zu helfen. Hä. Wollt sie ihm ernsthaft sagen, dass er nicht gucken soll? Und dann fällt sie runter, denn warum hast du nicht geguckt? So, jetzt sind wir oben und alles ist in Ordnung. Hallo, Rabe. Tja, da stehen wir nun. Am Grund der Tatsachen. Ich habe es geschafft. Siehst du nichts? Ich sehe eine Brücke und ich sehe eine Flüge und hier sehe ich viel Wasser. Hier sind viel... Nicht viel. The mountains look very pretty, äh, I see the bridge. Ich kann see the bridge. Oh, oh. Kann man nicht zoomen? Oh, oh. Warte, ich sehe etwas. Was ist es? Ein Licht. Warte, da ist noch. Luke. Luke. Oh, oh. Ich wollte doch noch gucken, was da im Wald war. Ach, ich glaube, wenn ich das angeklickt hätte, wäre da auch wieder die Dings gekommen. Oh nein, jetzt fällt sie auch bestimmt runter. Jetzt fällt sie bestimmt runter und er fängt sie nicht auf. Nicht so schnell. Ganz langsam. Jeder Schritt bedacht. Ganz vors... Oh, oh, da ist ja wer. Beef. Ah, den kennen wir doch. Kenny. Kenny. Schade, ich wollte eigentlich holy shit nehmen. Clementine. Huck. I thought you were dead. I can't believe it's you. I can't believe it's you. Schade, man hätte ihn eigentlich umarmen können. I'll take that as a yes. These people with you? We can talk inside. Great. I just started dinner. Are you sure you don't mind? It's gonna storm soon. Please, come in. Haben wir also doch ein paar Kumbis gefunden? Mensch, es ist ja wie Weihnachten. Saving! Na, wer ist noch da? Oh. 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 Sehr richtiges Paradies. Tony und Sarita haben uns seit ein paar Wochen gehalten. Es war natürlich ein Ski-Lodge, also wir haben viel Essen. Und, uh, believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. We tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. What's funny? Oh. Oh, nothing, Walt. Walter, here's one smart sumbitch. Makes a mean can of beans, too. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Please, make yourselves at home. You can leave your things over there. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guests here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny? Willst du vouch for these people, Clamp? If you tell me, they're good, then I'm boss. You were the one waving a gun around me. Everyone calm down. I can't speak for everybody. Uh, everybody calm down. Calm down. Be cool. Die, die Musik, die entspannt doch. Dad, look. A Christmas tree. What now, Sarah? A real Christmas tree. Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. Dip, dip, dip. Lululululululululululululululululululululululululululululululul. Schöne, harmonische Musik. Das sind aber sehr gute Gastgeber. Und sogar fürs Ambiente haben sie gesorgt. Ist das nicht schön? Aber ich hätte auch so ein bisschen Angst wegen den Fenstern, dass da irgendwer kommt und mal so randalieren will. Ich habe noch mal gucken, was kann ich erzählen? Ich möchte nicht wirklich darüber sprechen. Ich möchte nicht darüber sprechen, ich habe ihn getötet, aber ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet, aber ich habe ihn getötet. Ich wusste es. Ich wusste, dass er würde. Der Mann hatte ein Feuer in ihm, sicher als Scheiße. Schöne. Lea und ich hatten unsere Unterschiede, das ist sicher. Ich wusste nicht, aber wenn mein Sohn... Er hat ihn geholfen. Ich werde das nie vergessen. Also, wo warst du? Wo warst du? Ich war alleine. Ich war alleine. Jeder ging... Alles ging... Ich war mit Krista und Omid. Omid? Na ja... Krista und ich waren zusammen. Aber diese Leute haben uns gefangen. Sie ist weg. Sie ist weg. Sieht, wie es dir nicht einfach war. Ich bin sorry, Tarlo. Ich bin nicht so weit. Ich war... Wo hast du... Wo hast du... Wo warst du? Das möchte ich jetzt mal wissen. Oh, hell. All over after Savannah. How did you get out of there? Krista got in a hell of a mess. I gave her a hand and then it got messier. For a minute there it wasn't looking too good for old Kenny. Long story short, I got lucky. Real lucky. It's been a long time alone after that. It, uh... эксп Gabi bei